Herzlich Willkommen in dieser neuen Folge. Diese Folge wird sowohl bei YouTube ausgestrahlt, deswegen sehen die Leute, die mir jetzt gerade zugucken, auch hier das kleine Mikrofon und die Leute, die meinen Podcast hören, sehen mich nicht, aber können mich hören. Deswegen ist das Mikrofon auch so nah an mir dran. Das nur vorweg, ich habe es im Podcast angekündigt, da geht es ja um die Geburtsvorbereitung und da habe ich gesagt, okay, wir müssen mal näher auf dieses Thema PDK, PDA, EDK, was gibt es da alles für Namen für, oder für die Rückenmarksnah-Narkose, da müssen wir einfach mal drüber sprechen, ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Dann gibt es die Vorteile, die ich ja auch in der letzten Podcast-Folge bei der Schmerztherapie Teil 2 genannt habe, aber es gibt eben auch die Nachteile und dann kriege ich auch manchmal zwischendurch ein paar WhatsApp-Nachrichten. So läuft das hier. Das Problem ist, die Kleine ist gerade in der Kita und ich bin heute der Zuständige. Mareike ist nämlich an der Arbeit und deswegen muss mein Handy laut bleiben. Wenn es ab und zu mal klingelt, tut es mir herzlich leid. Fängt ja gut an, die Nummer. Fangen wir einmal mit der Definition an, beziehungsweise wofür stehen eigentlich diese ganzen Abkürzungen PDA, PDK, EDK und so weiter. Es geht primär um eine Rückenmarksnah-Lokale Betäubung von Nervenfasern, die den Frauen den Schmerz nehmen soll, unter Geburt zum Beispiel. Aber es gibt auch zahlreiche Operationen, wo man sich dieses Verfahren einfach zunutze macht, um lokal Schmerzen wegzunehmen, aber einen wachen Patienten hat. Jede Vollnarkose hat natürlich auch so mit dieser Intubation auch die Risiken und deswegen ist dieses Verfahren eine super Sache, bei wachen Patienten trotzdem die Schmerzen wegzunehmen. PDA ist die Periduralanästhesie und Peridural, das erkläre ich gleich und da haben die Leute, die mir jetzt gerade zugucken, einen kleinen Vorteil, denn ich male das gleich mal auf, welcher Raum da genau beim Rückenmark in Narkose gelegt wird, beziehungsweise welcher Raum da ganz, ganz wichtig ist, wo man die Narkosemittel hereingibt. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu verstehen, wenn man es nicht auf einem Bild gesehen hat, denn es gibt auch noch ein anderes Verfahren, was ähnlich ist, die Spinalanästhesie, wo aber ein anderer Raum betäubt wird und dadurch dieses Medikament weiter anfluten kann. Das erzähle ich aber gleich, wenn ich das Ganze aufzeichne und ich versuche das Ganze trotzdem, auch wenn die Leute mich nur hören, einigermaßen verständlich zu erklären. Und PDK ist der Periduralkatheter. Das heißt, ein Katheter ist etwas, ein kleines Schläuchlein, worüber ein Medikament oder was auch immer appliziert wird und man kann jetzt zum Beispiel bei einer PDA, die ja bei Geburt zum Beispiel über mehrere Stunden auch wirken soll. Nicht einfach sagen, okay, ich spritze da einmal so ein Medikament rein, fertig, aus und dann hole ich die Nadel raus und fertig. Sondern man braucht da ein kleines Röhrchen, ein kleines Plastikröhrchen, was kontinuierlich in diesen Raum dieses Medikament appliziert, damit ihr über mehrere Stunden auch schmerzfrei seid. Und das Tolle daran ist, daran hängt so eine Spritze, so eine automatische Spritze, wo man die Dosierung einstellen kann. Man kann auch sagen, okay, es wirkt zu wenig. Ich stelle es ein bisschen hoch oder bei mir ist alles taub. Ich spüre überhaupt keine Wehe mehr. Dann stellt man es ein bisschen runter. Dann versuchen wir jetzt mal diesen Raum zu identifizieren, der dort quasi benutzt wird. Stellt euch alle mal eure Wirbelsäule vor. Die habt ihr jetzt alle vor Augen. Die Wirbelsäule ist unter anderem dafür, uns zu stabilisieren, unseren ganzen Rumpf zu stabilisieren, dass wir überhaupt aufrecht laufen können. Aber sie beherbergt auch eine super sensible Struktur und das ist unser Rückenmark. Unser Rückenmark ist quasi mit dem Gehirn die Leitstelle unseres Seins. Unser Gehirn geht über in das Rückenmark. Das Rückenmark ist eine längliche Struktur, ein Bündel voller Nervenfasern, was vom Hals bis quasi zur Lendenwirbelsäule bis zum Steißbein herunterführt und dabei ganz zum Schluss, ganz unten, so in der Lendenwirbelsäule, so ein bisschen ausfranst. In der letzten Podcast-Folge habe ich von Spaghetti gesprochen und so kann man sich es tatsächlich vorstellen, wenn ihr so ein Bündel Spaghetti in der Hand habt und guckt euch das letzte Stück an und das sind ein paar länger, ein paar kürzer und so ist das mit den Nervenfasern auch. Jede Spaghetti steht für eine Nervenfaser. Das heißt ganz, ganz unten, ganz tief fransen die aus und flottieren da so locker vor sich hin in der Rückenmarksflüssigkeit. Das ist kein total trockener Raum, sondern das ist alles umgeben. Das kennt ihr vielleicht von so einer Liquor-Punktion, wo hinten so Rückenmarkswasser entnommen wird. Das liegt also alles in so einem Wasser drin. Und da habe ich beim Podcast auch drüber gesprochen. Stellt euch mal vor, ihr müsstet Nudeln im Wasser, ihr müsstet versuchen, die mit einer Gabel aufzupiksen. Das geht fast nicht. Das ist fast unmöglich und deswegen ist dieses Risiko, von dem wir auch noch später sprechen, dass man irgendwie Nervenfasern verletzt, relativ überschaubar, weil das einfach rein physikalisch ganz schwierig ist. Damit diese Flüssigkeit um das Rückenmark drumrum nicht wegfließt, einfach durch die Wirbelsäule weg in unseren Körper, ist dieses ganze Rückenmark umgeben von einer Rückenmarkshaut. Einer ganz festen Struktur, die das Rückenmark nochmal trotz Wirbelsäule nochmal drumrum schützt. Und jetzt kommen diese Räume, die ganz, ganz wichtig sind. Unsere Wirbelsäule besteht nicht nur aus Knochen. Dazwischen sind dicke, fette Bänder. So wie wir beim Bizeps zum Beispiel unsere Sehnen merken oder auch beim Knie, wenn man hinten die Kniekehle reinfasst, da sind überall so dicke Strukturen. Das sind quasi Sehnen und Bänder. Und das hat die Wirbelsäule eben auch. Die ist nicht nur beständig nur aus Knochen, sondern hat noch so Bänder drumrum. Und wenn man durch diese Bänder durchpiekst, zwischen quasi den Lendenwirbelkörpern, dann kommt man auf eine Struktur. Und das ist dann diese feste äußere Rückenmarkshaut. Und wenn man dort zwischen den Bändern der Wirbelsäule und eben dieser Rückenmarkshaut ein Medikament setzt, dann ist das eine Periduralanästhesie. Und weil wir das gerade optisch vor Augen haben, sagen wir mal, wir stechen nicht bis zu der Rückenmarkshaut, sondern stechen noch durch die Rückenmarkshaut, da, wo es jetzt gefährlich wird, da müsste man jetzt ja aufpassen, dann ist das Ganze eine Spinalanästhesie. Eine Spinalanästhesie gibt es zum Beispiel beim Kaiserschnitt, dass man einfach das Medikament nicht in diesen Epiduralraum spritzt oder Periduralraum, wie ihr wollt, sondern eine Etage weiter in den Spinalraum. Da würde diese Nervenfaser in die Spaghetti langlaufen. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, ihr könnt diese Spaghetti kaum aufspießen, selbst wenn ihr beim Kaiserschnitt diese Spinalanästhesie bekommt. Habt ihr das grob verstanden, wo dieses Medikament hinkommt? Es sind zwei unterschiedliche Arten, die sich aber ähneln von einer rückenmarksnahen lokalen Betäubung. Einmal diese Periduralanästhesie und einmal die Spinalanästhesie. Wie kommt man jetzt an diesen Raum ran? Ihr merkt ja, ihr müsst da quasi durch die Haut stechen, dann kommt ihr irgendwann an die Wirbelsäule und dann müsst ihr durch die Wirbelkörper durch, durch die Bänder der Wirbelsäule, bis ihr dann irgendwann mal an dem richtigen Ort seid. Klingt erstmal gar nicht so leicht, ist es auch nicht. Man muss es schon sehr gut können und leichter macht ihr es den Anästhesisten und anders geht es gar nicht, wenn ihr quasi nach vorn übergebeugt sitzt, quasi einen Katzenbuckel macht, sagt man immer. Stellt euch mal vor, und jetzt haben die Leute natürlich wieder einen kleinen Vorteil, den wir gerade hier zugucken. Stellt euch eure Wirbelsäule vor und diese Wirbelfortsätze von den Wirbelkörpern, hinten, die ihr auch spürt an eurer Wirbelsäule, das sind diese kleinen Nubbels, die stehen alle so ein bisschen nach unten verkippt. Die Leute jetzt in der Kamera sehen das, heißt, wenn ihr eure Hand nach vorne haltet und das so ein bisschen nach unten kippt, so stehen unsere Wirbelfortsätze. Das hat natürlich den Vorteil, wenn uns jetzt irgendjemand von hinten angreift und sticht uns irgendwas Spitzes in den Rücken, dann ist das natürlich wie so eine Art Schutzschild gedacht. Und dieses Schutzschild kann man erst gut durchdringen, wenn sich der Körper nach vorne beugt. Und dann sehen die Leute in der Kamera schon, ah, die Hand kippt jetzt wieder nach oben und jetzt kommen wir hier zwischen die Wirbelkörper durch und können jetzt zu dem Rücken mal kommen. Und deswegen muss man sich bei so einer Narkose auch möglichst nach vorne beugen. Sagt das mal einer schwangeren Frau mit so einem Bauch, das ist gar nicht so leicht und maximal unbequem. Oder es geht auch in Seitenlage, das ist aber ein bisschen schwieriger und da gehört schon einiges an Expertise zu. Ginge aber theoretisch auch, hat dasselbe Prinzip, wenn man sich auf die Seite legt und nach vorne beugt, hat man auch diesen Effekt, dass diese Wirbelkörper und die Wirbelfortsätze hochklappen. Handeln wir noch ganz kurz die möglichen Nebenwirkungen da ab, weil das ist natürlich ein relativ invasives Verfahren, kannst du dir vorstellen. Das wird natürlich vorher örtlich betäubt, also die Haut wird betäubt, das piekst auch schon mal, wie beim Zahnarzt ein bisschen. Und dann kommt diese etwas längere Nadel, womit man da diesen richtigen Raum sucht. Auf diesem Weg dorthin kann man natürlich Blutgefäße verletzen. Dann kann es bluten. Es gibt eine Infektionsgefahr. Immer wenn wir Menschen reinpiksen oder schneiden, gibt es eine potenzielle Infektionsgefahr. Wenn sie so einen Rückenmark quasi entzündet, ist es nicht schön. Das ist ganz im Gegenteil was Blödes. Da haben wir es wieder. Ich habe es euch versprochen. Es kommt noch ein oder andere Mal ein nettes Geräusch auf euch zu. Das sind alles so Nebenwirkungen, die ihr, wenn es darum geht, nochmal explizit aufgeklärt werdet. Dann sprechen auch immer alle von der bösen Querschnittslähmung. Da haben wir jetzt auch besprochen. Bei dieser Lendenwirbelgeschichte ist das relativ unwahrscheinlich. Weil erstens bei einer PDK-Anlage zum Beispiel kommen wir gar nicht in die Nähe von den Nervenfasern. Und selbst bei einer Spinalanästhesie haben wir wieder die Spaghetti vor Augen. Mit der Gabel ist es sehr unwahrscheinlich, dass man dort eine Nervenfaser wirklich aufpiekst. Und das ist der grobe Hintergrund bei Querschnittslähmung. Je höher die sind, zum Beispiel ein Motorradfahrer, der sich an der Halswirbelsäule in den Querschnitt zuzieht, ist von da nach unten komplett gelähmt. Weil alles, was hier oben anfängt, innerviert oder versorgt alles, was tiefer liegt. Wenn du auf der Brusthöhe zum Beispiel einen Querschnitt hättest, dann bist du von da nach unten gelähmt. Das Atemzentrum ist da schon fein raus. Das ist das Gute. Und je tiefer wir kommen, desto weniger schwerwiegend ist natürlich so eine Querschnittslähmung, die natürlich trotzdem maximal scheiße ist, auf gut Deutsch. Aber das müsst ihr wissen, oh, das nervt jetzt auch ein bisschen. Sorry. Das müsst ihr einfach wissen, dass man einfach diese Querschnittslähmung schon fast hinter sich hat, je tiefer man da kommt. Gut, haben wir das besprochen. Also die ganzen Nebenwirkungen will ich jetzt nicht aufzählen. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind so die wichtigsten Blutungsgefahr, Infektionsgefahr und eben diese Verletzung von Nervenfasern bis hin zu einer Querschnittslähmung. Jetzt, liebe Leute, wir haben schon die Zeit massiv überschritten. Tut mir leid, aber es ist ein wichtiges Thema. Kommen wir noch zu den Vor- und Nachteilen bei Geburt. Vorteile. Die Vorteile liegen manchmal wirklich auf der Hand. Es gibt Frauen, die sind einfach sehr schmerzempfindlich und die sind schon in der Öffnungsphase maximal fertig mit der Welt. Auf gut Deutsch. Die können nicht mehr. Die schreien nach dem Kaiserschnitt. Die möchten nicht mehr. Die möchten, dass man sie aufschneidet. Die wollen nichts mehr wissen von irgendwelchen Schmerzmitteln und irgendwelcher Veratmung, sondern die möchten einfach nur, dass das aufhört. Und bevor wir da einen wirklich invasiven Eingriff machen in Form eines Kaiserschnitts, haben wir dann noch die Möglichkeit, so eine rückenmarksnahe Betäubung zu machen. PDK-Anlage. Bumm. Ist die Frau innerhalb von zehn Minuten wirklich wie ein ganz anderer Mensch. Ist motiviert. Hat Lust. Denn die Schmerzen sind ausgeschaltet. Dieser Vorteil, einfach deinen Schmerz komplett wegzunehmen, ist einzigartig in der Geburtshilfe, was die medikamentöse Therapie angeht. Das kriegst du nicht mit Atmung hin. Das kriegst du auch nicht mit einer guten mentalen Einstellung hin. Du kannst damit besser klarkommen lernen. Das hatten wir in den Podcast-Folgen zum Beispiel. Aber diese subjektive, objektive, komplette Schmerzfreiheit, die gibt es tatsächlich nur mit einer PDA. Und das ist Fakt. Nachteile, die gibt es auch. Die sehen wir auch sehr, sehr oft. So ein PDK bremst eine Geburt ein Stück weit aus. Weil die Koordination von Frau zu Wehe zu Kind ist nicht mehr ganz gut. Die ist nicht mehr ganz da. Denn du spürst die Wehe nicht mehr. Du fängst nicht mehr an, instinktiv so ein bisschen mitzuschieben und dein Becken mit zu bewegen. Das ist übrigens auch noch ein Nachteil. Kommen wir gleich noch zu. Und dadurch verlängert sich so eine Geburt. Und gerade beim ersten Kind kann das wirklich eine Geburt wahnsinnig verlängern. Und das ist natürlich nicht gut. Und wenn es dann in die heiße Phase geht, wo du mitschieben musst, hast du natürlich den Nachteil, wenn du die Wehe gar nicht spürst. Wenn du nicht weißt, kommt jetzt eine Wehe und wir müssen es dir quasi sagen, weil wir den Bauch tasten. Jetzt eine Wehe, jetzt müssen wir mitschieben. Aber die Koordination stimmt irgendwo nicht. Macht eben auch so eine Austreibungsperiode manchmal schwieriger. Es wird jetzt nicht bei jeder Frau so, sondern manchmal. Und dann ist natürlich auch immer das, was man liest und hört, ist mit einem PDK hat man sehr oft vaginal operative Entbindung oder auch irgendwelche Interventionen von Ärzten, weil eben die Frau nicht adäquat mitschieben kann, weil sie es nicht spürt. Statistisch gesehen ist das so. Ein Nachteil noch, den ich überschlagen habe, gerade bei den Nebenwirkungen. Manchmal macht so eine PDK-Anlage einen absoluten Kreislaufabsturz. Man liegt da und dann wirkt dieses Medikament und der Körper denkt, was? Was zur Hölle ist denn hier los? Und dann sackt dein Blutdruck richtig ab. Dir wird speiübel. Du kannst auch erbrechen. Und wenn so ein Blutdruck von der Mutter abrauscht, muss man natürlich auch ganz genau auf das Kind achten. Rauscht das auch ab vom Blutdruck, von den Herzfrequenzen oder stabilisiert sich das wieder sehr gut? Also das kann manchmal auch passieren. Da muss man natürlich vorsichtig dieses Medikament applizieren und ganz genau auch das Kind überwachen. Dann noch ein großer Nachteil. Du bist, sobald dieser PDK gut liegt, relativ immobil. Du hast das Schläuchlein da mit dem Rücken. Dir geht es super, aber du kannst dich nicht mehr großartig bewegen. Das heißt, rumlaufen, Badewanne, irgendwelche Übungen machen, in die Hocke gehen. Das geht nicht mehr. Maximal geht vielleicht noch ein Vierfüßler mit Unterstützung. Aber auch da ist es manchmal so, je nachdem, wie der wirkt, sind deine Beine so taub, dass du da überhaupt nicht mehr dich halten kannst. Und das ist natürlich nicht geburtsförderlich. Das habe ich in meinem Online-Kurs erzählt und das erzähle ich auch im Podcast, dass so eine Beckenmobilisation, Untergeburt einfach extrem wichtig ist. Und das nimmt man sich diesen Vorteil, nimmt man sich eben auch. So stehen diese Vor- und Nachteile sich ein bisschen gegenüber. Man muss immer individuell entscheiden. Möchte ich es? Möchte ich nicht? Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Sich das vorher vorzunehmen? Ich will auf jeden Fall ein PDK. Würde ich tatsächlich nicht machen, denn wir haben schon so viele Frauen, die kommen schon rein und wollen schon quasi unterschreiben. Wo muss ich hier auch unterschreiben, wenn ich ein PDK kriege? Und haben innerhalb von drei, vier Stunden ihr Kind da geboren. Und dann sind sie, ja gut, PDK hat sich jetzt auch erledigt. Gibt es ganz oft. Ich würde es mir nicht vornehmen, aber es ist gut, wenn du weißt, diese Option gäbe es. Boah, jetzt haben wir es bald. Es gibt noch eine Nebenwirkung nach so einer PDK-Anlage, wenn diese Schläuchler wieder rauskommen nach der Geburt. So ein postspinaler Kopfschmerz. Das heißt, wenn man in dieses Rückenmark reingepiekst hat, beziehungsweise in die Rückenmarkshaut bei einer Spinalanästhesie oder in diesen Zwischenraum, kann es manchmal dazu kommen, dass man extreme Kopfschmerzen nach der Geburt hat. Was selten ist, aber wenn es da ist, ist das heftig. Stellt euch wirklich vor, drei, vier Tage, heftigste Kopfschmerzen. Ihr könnt kaum die Augen aufkriegen. Das ist eine absolute Nebenwirkung von so einer Spinalanästhesie oder auch von einer PDK-Anlage. Da seltener. Aber da gibt es auch noch Möglichkeiten, diesen Kopfschmerz eben zu therapieren. Außer eben der Schmerztherapie ist ein anderes Thema. Postspinaler Kopfschmerzen ist wirklich ein anderes, riesiges Thema. Nur, dass ihr mal gehört habt, auch diese Nebenwirkung gibt es. Ich glaube, jetzt habe ich viel und viel zu viel erzählt über die PDK-Anlage. Aber es ist eben ein wichtiges Thema. Ihr habt euch das gewünscht, sowohl beim Podcast als auch hier auf YouTube. Also, wir hören uns oder sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Podcast wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und zu hören. Bis dann. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020